Halli Hallöschön meine lieben Leute. Halli Hallöschön meine lieben Leute. Ja, ich muss hier ein bisschen Energieleucht werden, damit ich heute schauen kann. Ah, mein lieber Freund. Ja, ihr seht da mal wieder wunderschöne Partner. Ja, und hier sind wir auch bei PES 2016. Und ich muss ja grad mal was gucken. So, wir wollen auch Deutsch spielen, die ganz aktiv. Ja, und das ist wieder ganz geil. Das ist ganz geile Musik, ja. Yo, geh mal rüber. Ne, warte mal. Geh mal rüber, rüber. Wir machen mal gegeneinander, weil wir können weder nicht richtig spielen. Nein, ich nehme Juventus oder du nimmst Bayern. Warte, was du zu nehmen. Ne, ich nehme Brasilien. Das ist ja Demo, was? Das ist ja Demo, was? Ja, was nimmst du jetzt hier? Oder A ist Rom? Ne, Roma ist das ja. Ich hab' ich jetzt hier noch aus Deutsch sagen will. Geht noch da. Sorry. So, warte mal. So, wie wenn das Stadium spielen wir mal in die Brine, ne? Und ich hab' ja jetzt grad null Ahnung. Warte mal, Einstellung da haben wir's. Spielen denn hier? Sie Minuten, Alter. Ich geh' nicht mal auf sechs Minuten. Was ist das denn? Alles nicht spiel' ich? Nein, was. Fortgeschritten, Amateur, Anfänger. Also, du hast da, Nendi, das ist ja alles klar. Wir wollen sechs Leute haben. Echt? Und zwei Leute, so mach' mal aus. So, jetzt mal, trotzdem mal. Ja, toll. Strategie. Ach so, die Aufstellung. Oh, das ist so sexy gemacht. Geh' mal zurück. So groß. Ja, aber hier. Ich hab' nur noch einstellen. Wir haben auch nur ein Hessiges Stadion. Ob Wetter. Oh, aber scheiße alles. Aber wenn man's auch so will, hier ist es auch so zu sagen. Aber wir gucken gleich in die Einschränkungen. Geht gleich. Wir müssen nur halbzertrückt. Ne, ähm. Hier gibt's kein Freistoßspiel bei 2016. Das hat vielfach gelöst. Das war noch schöne Freistoßspiel. Das freut mich. So, dann geht's. Schauen wir es mal. Das sieht schon immer scheiße aus. Ich finde es jetzt... Ja, gut. Oh, 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 oh. Alter, wie guckt denn Dings hier? Boah. Boah, Boah. 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 Wie die fettig aussieht. Oh, lahm, alter. Hier ist ja die Monobrau, hier ist ja der, der, der sich die braun in die Sicht. Ja, auf die Bayern-Fans Jobe. die Bayern was ist hier nur los das ist normal wie sie ein bisschen das geht ja nicht Bier pro bei PESV wird es vielleicht gehen aber auch nur auf der Vollversion nicht jetzt die Demo das sind wir schon in der Vollversion weg DING der ist sogar Schweinsteiger sogar noch dabei ja doch nicht, das ist mir bald und vor allem so warte mal, mach mal Anschluss jetzt also mit X ist passen das steht fest, oder Steilpass ob das jetzt passen weiß ich nicht ja du kannst, naja was denn wechsel doch ja musst du so immer ausprobieren wie bei FIFA Sprinten ist glaube ich mit R1 glaube ich ja ist so ich muss mal schießen ich muss mal schießen wofs wie zieht sie da guck mal jetzt, kommt so eine Wiederhole und gleich stoppen also wenn sie zu Ende stoppen und Mensch mach doch mal jetzt wie der rennt Alter dann machst du jetzt mal so hey komm wenn jetzt ne warte mal warte 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 so mit irgendeiner Tasse mit Viereck oder mit Kreis oder mit X oh der haut meint von dem guck mal wie wir funktioniert noch nicht hey keine Ahnung muss ich ausprobieren deswegen hab ich einfach mal X was war Gretchen wo 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 das Spiel war ey der Spiel ist 40 komm doch mal hoch aber man komm schon wow na 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 Alter wie hart die mit dem Schießen ist ja mal Wahnsinn oh Dante mit dem Mega Einsatz Alter der Alter hier macht der Trixi der Trixi ah okay ich hab eigentlich nur hier hier sprinten 3 Alter das ist halt auch mal das ist fett das ist echt fett dieses Spiel und wir probieren aus wie geil nun spür ich mir dabei zu Bayern rüber gehen Kostadio hier Kostadio 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 mal aber ich hab Angst richtig dass du den Ball bekommst und und die Tor erzielst das ist das ist ja fast schon Schuss wo all die Hüter der Geer zu sagen der das ist doch kein Boll gewesen nein warum das ist doch nichts besonderes gewesen boom warte kommt an warte abseits alter das war das war du 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 oh mein Gott du 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 die Das hat Oma gespielt! Oh mein Gott! Na ja... Bin ich da? Das macht man hoch im Kreis, alles klar? Oh! Schöner Kopfball! Ja, hau rein in die Mitte, richtig so! Das ist, kann man mal, nein nein nein, ich lass mich zurück bei Nein! Männer! ach das bin ich ich dachte du schießt den ball weg alter so dass ich auch nicht mehr mächtig wieder aus oder war fach das war jetzt ich habe echt angst wenn ich den ball doch gar nicht so ist hier wirklich der schlüsselspieler bei bayern ja sicher was machst du denn alter aus dem ball weg wie nichts aber der kommt sogar noch an nach vorne vor allem ich wäre natürlich ein tolles das ist dreieck hier wenn ich das mitgekriegt haben letztes mal ich muss jetzt bis jetzt noch nicht benutzen aber das ist glaube ich so also die mühle aussehen wie sie leider ope alter aber kann ich gut kugeln kümmern die haare alter ist ja wie ls mäßig textur ach ja sag das gelbe ne der soll aber auch scheiße dass der Gegner erkennt wo man gut schießt Alter macht nimm den Ball nicht in die Hand Alter und dafür äh so eine kleine Frage diese stehen ja um 6 und was ist in Minute ja dann haben wir keine Halbzeit gehabt ja gleich bringen die Mütel vielleicht auch wer weiß hä spielte mal das ist ich bin grad gar nicht jo das wird mitgerechnet lass mal das wird mitgerechnet oh ja guck oh wie der aussieht scheiße Alter das ist echt ein krasses Spiel muss man sagen also mit echt viel krassen Sachen was man hat ja das ist eine geile Musik da gibt es ein Blutpunkt von uns mit der Musik im Stadion und es geht Bayern es geht Bayern es geht Bayern, wenn du die Freunde gehört, es geht Bayern oh, Alter Alter das war ein Pass oh, übervon aufpassen muss einfach oh, Ecke ja, hallo habe ich auch nicht gesehen zum Beispiel, dass man sieht, wo der Ballen geht, hallo da kann ich ja genau planen, den Kopfball und überhaupt den Schuss oh, gut, der war weit weg ach, volle Pulle und dann einscheln auch weh, oder was, oh mein Gott wow, geil also auch toll, dass das geht so was interessant äh, so schön, das war viel und neuer auch scheiße, wir könnten durch die Schülpflau umspielen ein das das wird wenn wir da jetzt kleben weißt du ich denke mal ich bin rot oder so weil das ich weiß diese wechselte jetzt auch mal eben neun und weitergemacht nein nein Müller Alter das war ja richtig ganz knapp den hättest du flach oder irgendwie so hinkriegen keine Ahnung aber wie der das hinfällt soja so ohne Regen Alter du wasst der schön gesprungen nein Alter wollt ihr verarschen das kann es nicht sein dass er so freisteht oh Götzli Alter das das die 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 der die die Prozent weiter so wie ich dachte den Indien so weiter die Spiegel in Ordnung erhält sich in der Alte so ein Haus so ein Haus der Hohensteine die Wissen eine ich krieg die Krise ich krieg die Krise jetzt heißt es Mord und Totschlag jetzt ist es zum echten Spiel geworden Alter, wollte gerade sagen, ich muss doch noch was machen Wow! Wow! Ich muss schießen ja was! Ben und Tja Eines ist ein interessantes Spiel ein Tor schon mal passiert Oh, Danta! Danta den Ball gespielt nach vorne Oh, besser kann so abfangen, so gut Abseits Schatten, die haben die ankommen, aber okay Alter, das ist ja leider aber abseits oder was? Sag mal die abseits aus! Das kann ja nicht sein Ja, aber der steht da vorne rum so Das muss doch abseits sein Nein, nein, das kann auch perfekt auf mann stehen die nicht auf der oder gibt es doch viel Scheidung Aaaaaaaaah! Alter, die hat eine ich bin nur in der sie traurig wie der ist so wollte der Brems der richtig ab der Ball dann kann bei der medall wenn man nur in einer unserer eigenen hälfte tanzt bei johann soll der mit sind wir ein wasser spiel zu hause schon vorgekauft und wieso oh man dann steht immer da dann ist ja die rummeldung alter ist aber krank wie kann man so gut abhören die krisen ins rechten zu sagen dann zu tun ja die feldsprecher hätte er nicht es gab auch die italiener wechseln wie geht denn das wenn wir das ja ich möchte jetzt zu wieder müssen wieder einstehen die da muss runter der ist mit zu haben wenn du musst auf oft und mit jetzt in etwa heißt das ich habe keine Ahnung ich bin bereit ich habe jetzt Romulo vorlesen Fabian es existiert ich wollte jetzt auch das ist ja schwer oh komm wie witzig Jo man der ist defensiv Martinez oh allein so den guten starken allein so komm geh mal weiter jetzt hier ich hab mir den krassen Widerrunde genommen OMS Oberes Mittelfeld Flügel oh Warten die Topie ja die Oma rein gut weiter zurück 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 ich dachte was ist da alles schön gemacht schön gemacht äh was Alter der Lied da wohnen der produziert ist ja mal geil was zu Ende die jungen heute nicht war richtig meine Freunde das war das erste letzte Sein und evolution zocker 2016 und ja und das war ein wunderschönes spiel ja und ich bedanke mich dass ihr da lassen like da in die video beschreiben reinschauen und ein abo da lassen und auf unseren kanal drauf gucken und nicht vergessen die nächste wunderschöne demofolge schauen von diesem wunderschönen spiel wir bedanken uns dass ihr da wart haut rein